So, willkommen zurück zu The Last Campfire. Im letzten Part haben wir den Wald abgeschlossen. Wir haben alle Kollegen hier am Campfire gefunden. Und ja, jetzt gehen wir mal durch das Türchen hier und gucken, was uns da erwartet. Ich weiß, was ich zu tun, was ich zu tun, was ich zu tun, was ich zu fühlen. Ich bin einfach, ich will nicht geholfen. Ember konnte nicht helfen. Nicht alle Probleme waren Probleme zu lösen. Resolved. Wie, du willst meine Hilfe nicht. Wirklich nicht. Okay, dann bleibst du halt hier in diesem Stein. Was ist das? Ein Aufzug? Uh. Okay. Wollte ich da rein? Die Kreuzung. Okay. Da brauchen wir bestimmt wieder einen Schlüssel. Den wir nicht haben. Okay. Na, ihr Kollegen? Alles klar? Nö. Was ist das? Okay. Was ist denn dort unten? Waldkönig? Ich werde ganz bestimmt nicht so ein hässlicher Vogel wie du. Okay, hier geht es nicht weiter im Moment. Das heißt, wir müssen diesen Vogel verscheuchen, ja? Hier kommen wir auch nicht durch. Hier geht es auch nicht weiter. Okay, dann müssen wir doch unten den Weg nehmen. Soll ich hier doch nochmal babbeln? The guard joked. Another scrawny Ember from the forest. And with the bag looking all nicely and shiny, both guards started looking at Ember with a deathly stare. The guard leered. The forest king would like you, little scruff. Yes, come a little closer. Let us see what's in that bag. Hmm, wer seid denn hier? We guard the door to the forest king. Oh yes, we decide who gets to see the king. Der Waldkönig? The forest king will want to see you. Yes, yes, come this way. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Kann ich wieder zurück? Geht das? Ah, es geht. Juhu. Ich komme später wieder. Change your mind, little squad. Ja. Don't keep the forest king waiting. Ich komme später wieder. Tschüss. Don't stray too far. Wir gehen erstmal nach unten. Und dann den linken Weg. Jetzt sag nicht, da ist nur... Da ist nur eine Kiste. Ich dachte, da geht's weiter. Ach man, so ein Mist. Ich dachte, da geht's weiter. Na ja, gut. Dann gehen wir doch zum Waldkönig. Wenn es unbedingt sein muss. Okay. Das ist bestimmt eine Riesenkriehe oder so. Ach ja. Na gut. Gehen wir da halt mal rein. Change your mind. Don't keep the forest king waiting. Ja, 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 ja. Open the gate. Los. The forest king will want to see you. Yes, yes. Come this way. A feeling of foreboding overcame Ember. Ember was terrified, but tried not to show it. The giant's bird spoke softly. Another little Ember. Speak, little one. Do not fear. The bird is a friend. Ember wanted to feel safe. Tu mir nichts. Oh, little Ember. Birds won't hurt you. Birds will take another under our wing. Stay safe in the nest. You'll never turn forlorn. Ember was still afraid. Ich hab Schiss. Is it the night that scares you, little one? Is it the night that scares you, little one? See? Night is gone. Day is here. Birds will make the world less frightening. It wasn't only the night that frightened Ember. Ich möchte anderen helfen. The bird was disappointed. Stay? No need to help, silly forlorn. Hope is false. Hope hurts little ones in the end. The forest king spoke so gently to Ember. Perhaps they could rest here for a while. It was hard to know what else to say. Clever little Ember. You will stay. You will not turn forlorn. Search for hope no more. Now take this feather. Feather means Ember is one of us now. Birds keep little ones safe. Birds should never leave the nest. The guards seem pleased. Clever scruff sticking with us. I can hold that bag for you. Nee? Leave him alone. They're one of us now. Yeah. One of us. And we all share bags and things. Ich share gar nichts mit euch. Ihr Schweine. Wo sind meine Freunde? The travelers had disappeared. Their campfire remained. The ashes were still warm. Bear tracks lay in the cinders. Ich hab's gewusst. Ihr seid nicht gut. Ihr seid böse. Mach mal den Weg frei, Junge. Mach mal den Weg frei, Junge. Stand back. Don't come any closer. Nothing down there but sadness and turning forlorn. Go see the forest king. He'll set you straight. Ich war schon beim Forest King. Hier, meine Feder. Got your first feather, I see. Best stand watch here. Promise you won't let anyone pass. Na klar, ich verspreche es. Großes, dickes Augenzwinkern. Amber didn't like deceiving the birds. But what choice did they have? They couldn't rest in that place forever. They had to keep going. Aber sowas von. Das Ostmoor. Okay. Hidden away was a scrap-off journal. There were memories here, bound in rock. I hear their voices echo in the ancient stone. I find footprints by the cinders. A makeshift camp. Ember hurried away from the birds. The mist hung close to Ember, hiding them. The forest king seemed frightened. The birds' crew of Ember would rather risk turning forlorn than become like them. Ahead there would be others to help, and maybe a way to move on. This forlorn was not the same as the others. The forlorn whispered softly. I know what I need. But I am not ready. I may never be ready. The future is yours, stranger. But mine is mine. Ember left the forlorn with their thoughts. The time wasn't right. Perhaps would never be. Oh, yeah. shit hätte ich die vielleicht die wachsen wieder nach ok eine libelle ein frosch ok wo muss ich lang da hinten ist eine kiste gehen wir dahin was ist denn deine schuld kleiner kumpel ok hier ist nichts mehr dann gehen wir mal durch dieses nebel tor nicht schlimm aus I am here, Omae. The traveler whispered quietly, No matter where I go, I always end up here. No matter where I go, always here. Okay, it doesn't look like a map, but pieces were missing. Okay, there must be a piece that formed a new route. Yeah, there must be a piece that formed a new route. Hidden inside was the wanderer's journal. Another face at last. A catcher of fish resting by a pond. We work together, silk and tar and aching fingers. My boat floats once more, though I almost wish to stay. It was the same place as before, but how? In a haze they said, you're just like me now. Going round and round and round and never escaping. Na, wir werden mal sehen. Lass mal gucken. Ja, hier sieht's doch anders aus. An eerie scene, like a moment frozen in time. Inside was a secret diary entry. Pink, orange, red, brown, leaves gently dancing to the ground. Crunch, crackle, lovely sound, fall into a giant mound. Keine Sorge, Kumpel. Ich hole uns hier raus. No problema. So. Können wir's auch drehen? Drehen geht wohl nicht, ne? Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Virtually more of the map was revealed. Okay, das sieht doch gut aus. A section of bridge had somehow been ripped from its foundations. It was like the map had been broken on purpose. Das war ja easy. Okay. Untertitelung. BR 2018 The mist revealed a secret place. Was it hidden on purpose? Nein, nein, nein. Es ist nicht zu spät. Ich helf dir. Keine Sorge, ich bin schon dran, das Rätsel zu lösen. Okay, wie kriegen wir... Das machen wir mal so. Stellen wir das mal hier ab. So, und vielleicht können wir jetzt das hochdrehen. Ja, das sieht doch ganz neu aus. Genau. Und jetzt legen wir das da drauf. Zacki. Und wieder zurück. Da-dum. Ja, der hatte aber auch eine Feder dabei. Ein heiliges Instrument mit der Macht, die Welt zu bewegen. Ah-ha. Die Statue sprach. Just as it once moved the hearts of the Forlorn, the Instrument you now hold, has the power to move the world around you. Another before you, took great effort to hide it deep within this riddle. Und du? Wie kann ich das Horn benutzen? Wie kann ich das? Aha. Okay, und jetzt? Hä? Was muss ich tun? Tja, ich weiß nicht so genau, was ich tun muss. Wie spiele ich dieses Horn? Okay, da komme ich ins Menü. Ich komme nicht mal mehr hier von dem Podest runter. Shit. Okay, es wird Zeit für einen Cut. Dann sehen wir mal im nächsten Part von The Last Kampffeuer, wie es hier weitergeht. Also, bis dahin. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020